Hallo und herzlich willkommen zurück zu MacPixel. Wir sind jetzt wieder hier dabei auf die Gags, auf der Gags-Suppe quasi. Bei Blow Your Mind. Eins haben wir schon abgeschlossen und hier müssen wir noch was. Ich denke hier wird es relativ viel geben. So, da. Wir sind weniger erfolgreich. So, und hier. Schaumschlüssel. Höhlenmensch. Hat so ein bisschen was von manchen Arbeitsverhältnissen oder von manchen Büros. Auf jeden Fall haben sie überlebt, sind nur runtergefallen. So, der Blondin hier nochmal. So, Feuerlöscher plus Opa. Eher weniger. Torpedo plus Ausguck. Auch eher weniger. Das hatten wir schon. Spinne. Seil. Nein. Eimer und hier der dritte. Stahlhelm für Arme quasi. Okay. Feuerlöscher. Der Typ. Hier haben wir noch ein Lenkrad. Aber, das ist abgeschlossen. Sehr gut. So, können wir mit dir was machen? Spinne. Und du? Ne. Da klettert sie sogar hoch. So, was können wir denn hier noch machen? Den haben wir so noch nicht bedient. Aber das ist jetzt auch abgeschlossen. So, was können wir hier mit dem noch machen? Das da mit dem? Das hat man schon. Muss ich jetzt aber leider auslösen. Okay. Und hier einfach mal die Luke öffnen. So, ist auch abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier noch... Da, kann man nicht einfach so reinkrumpeln. Ähm... Mit dem gesprochen hatte ich... Und mit dem hier... Und einfach nur rausspringen. Ach, der Opa fliegt raus. Auch gut. So. Und wir kraxeln mal dem Seil lang. Jawohl. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Alter. Ich habe keine Ahnung, diese Bonus-Runden sind total schräg. Gut. Vielen Dank. Wir haben wieder eine Folge im Kasten. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.